Sehr wunderbar, sehr schön. Ich bin mir im Spawn-Start. Alles klar, ich spawn im Panzer. Geil, Killer B. Du bist der beste. Wolf Brex. So, willkommen zurück zu GTA Online. Servus. Das ist ein Dirty Devil Tube. Erwartet uns. Alter. So. Ja, ich will den Job beizuführen. Ja, ich will den Job beizuführen. Ja, einnehmen. Ich danke dir! Schnauze jetzt da! Oh, da fliegt direkt der Erste wieder raus. Ich habe keine Ahnung, ob da einer fehlt oder nicht. Ich starte jetzt einfach, oder? Ne, in der Sitzung ist keiner mehr. Ich glaube 12 oder 13 waren wir, oder? Waren wir? Äh, 11 waren wir. Wer ist denn denn nicht drin? Ist ja eigentlich einer noch nicht in der Lobby. Äh, nein, 13 sind ein paar weniger. Äh, ne, wieso ist wieder da? Oh, Brax! 4 Tonne! Weiß! Oh! Was? Ja, Biotonne fährt. Biotonne. Ne? Tja, Biotonne hat sich ausgebiot, ne? Kann ja nichts für. Hab ich jetzt schon aus Versehen gestartet. Biotonne ist im Sondermügel, ne? Biotonne ist jetzt der blaue Tonne. Ich trinke keinen Alkohol, von daher. Nein. Ameluka. Nur Kompost sagt. Terny. Lol. Wieso? 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 Biotonne ist ja auch wirklich wirklich klar. Ich glaube, dieses Stichwort wird, beziehungsweise so aus einem mit. Herr ist tatsächlich, ja. Und dein Gott ist Gott, nein. Ich hoffe, sie haben angefangen zu vor und auch nicht gewettet. Mo, ein toll. Ich bin so gestört, ne. Ja das ist dann 20 so. Prozent diesmal der McLaren P1 F1 keine Ahnung und das ist ja und das ist ein Waffen erlaubt ich glaube nicht mal doch ja mann ja mann er hat denn hier schon wieder keine Bremse von euch aber ich hasse solche Menschen ah das hatte ich nie alle im Fahrrad können was wie? Auto? Bremse? Was ist das? Vollspeed in die Kurve geht schon ne? Tschüss und tschüss oh nein vorletzter Au! Gevönnig dran Ups, da hat einer Abflug gemacht Gevönnig dran das netter wird das netter wird woooooo Aui I can fly b0, bist aber ganz nett Hä? No mehr OHHH Scheiße ich kenn deinen Namen jetzt nicht Wohin, Alter? Ja Dix macht was Tschüss Tschüss Götzki Tschüss Boah ihr Schweingart Hä Nein 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 Fahr doch du Kackstelze Alter Warten rennen wir Kein Wunder ich hab' nicht veröffentlicht Aaaaaaah Alter Also mein Kaffee hab' ich jetzt getrunken aber beruhigt Ja das kann aber nicht wahr sein Nein Oh ja Richtige Ausfahrt genommen Ich hab' die richtige Ausfahrt genommen ihr Lappen Oh wir hab' ich hab' den hin gekriegt ihr Altaaaah Aaaaah Ey was hab' ich denn hier gebaut ey Ich hab' grad einen Ja genau überschlägt dich einfach noch mal Ich hab' die Strecke Ja überhol mich damit ich 10 da bin Ja man Danke viel Bitte überholt mich damit ich 10 da bin Ja man Oh nein Ich hab' das nie Ich hab' die Strecke Hä Alter ich werd' bekloppt Das funktioniert gar nichts hier mit der Kalle Ich hab' die Strecke Jetzt ist Fick Time Ja Fest du Onkel Keine Ahnung so'n tiefen Brennwagen Wer hat denn äh I T Ja Neiii Ich flieg auch hinterher Junge ich bekomm das mit dem Boost hier nicht hin Fuck Herr Boost brauchst du nicht Nimm alles Nimm alles Ja 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 Es ist viel zu schwer Ja Ja Ja, guck, ich bin ja auch einfach so durchgefahren. Das ist echt einfach, ich bin durch allem durchgekommen. Ja, kann ich. Alter, jetzt fliege ich über den Checkpoint oder was? Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Ja, ich bin auch über den Checkpoint geflogen. Das bau ich mir denn hier einmal zusammen wieder. Ja, ich habe es ehrlich mal geschafft, die erste Spirale. Da bin ich vierter. Das geht nicht. Boah, ist das Spiel scheiße. Ist egal. Bist du durchgekommen? Joa, hab noch den Checkpoint gut. Aber ich überhole es schnell. Aber lieber, kein Floyd, 9. Hä? Alter, ey! Man muss spät. Boah! Ja, warte, wer hat doch mal gesagt, gewöhn dich für den Zielpunkt. Ja, hab's geschafft, hab's geschafft, hab's geschafft. Ja, wäre ich. Woohoo, I'm the best in the way game. Wenn dreimal aufgeraten, werden sie hier die ganze Zeit Biotonne nennen. Die Biotonne. Die Biotonne. Die Biotonne. Die Biotonne. Blaue Tonne, das sind genau Bühnen. Ah, lass so. Ah, der, den ich weggeschubst hab. Und dreimal getötet habe. Alter, ist der wie die Reiten hier. Ist mein eigener Team-Mate. Ja, ich hab' gut. Und das war's. Ah, ich hab' die Onkel. Ah, ich hab' die Onkel. Wieso? Kaff-Bustig! Wieso bin ich auf'm ersten Platz? Ich mach' dann. Komm! Nee, nee, Onkel, täuscht nur. Windschatten! Ah, ich kann, dass ich fliege! Ich geh' bergauf. Es ist zu weit. So, ich bremse? Nein! Ja, ein bisschen. Ja, so ist gut. Okay, komm, 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 komm. Oh, okay. Ach du Scheiße. Nein. Nein, das ist unfair. Das ist unfair. Ich bin wenigstens nicht letzter. Mehr will ich nicht. Das hätte man wenigstens da hinschreiben können. Das hätte man wenigstens da hinschreiben können. Das ist so unfair. Oh, jetzt wieder den ganzen Berg da. Das ist ein brutale, boshaftes Merk einfach nur, ey. Oh nein, an der Bergschmiede. Mountain! Ja, man fliegt einfach rüber. Haha, echt? Ja, ich glaub' man muss gegen die Bowlingkugel. Und ob mein... Oder man muss einfach daneben. Ja, ja. Ich bin noch nicht draußen herum. Ja, Fox. Oder, keine Ahnung, wer der Kugel ist. Nein, 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 nein. Sorry, dass ich's geschubst hab' und hab's nicht so. Oh. Passiert im Krieg. Hahaha. Nicht. Hey, so sollst du, du wärst in der Krieg. Ja, sicher. Das ist fies gemacht. Aber ey, Kiesel, wie sie uns wieder hören. Jaaa. Juuu. Jaaa, die ganzeung weg. Oh ne, die ganze sind weg. Oh, ne, die ganze Berg schon wieder hochfahren. Ich auf da andere Seite. Ja, warte da oben. Ach, scheiße. bei dem letzten so muss man die politik Prozent bei einer Einbruch vor Ort aber erst Bremsen bei sonst ich höre hier nur Buben die ganze Zeit so dann haue ich jetzt Alter was so alles Börkel das ist unfair letztlich Das ist unfair bei den Röhren. So ein Fusky-Teil einbauen und dann am Ende muss man nach rechts fahren. Eternity, ich muss das noch überholen. Ich bin wenigstens nicht letzter und das ist schon mal gut. Hat überhaupt schon einer drinnen beendet? Shit! Alter! Komm ich da einfach, das ist weiter. Entschuldigung! Alter! Hier sehen Sie ein typisches Raid... Aaaaaah! 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 Baum hat gerettet. Oh! Was hatte ich vorhin gesagt? Wenigst bin ich die Letzte? Das hat sich jetzt ganzes, ganzes bisschen geändert. Jetzt bist du der Letzte? Jetzt bist du der Letzte? Ja! Ah, jetzt kannst du dich daran gewöhnen! Ach komm, das ist doch gemein! Ich warte weiter und jetzt bin ich letzter! Äh, warte, wer, wer, welcher Platz muss warten? Meiner, ich bin jetzt neuter und cool und gewann jetzt getailed! Oh, welcher... Oh, welcher... Ja, ich... Jaaa... Jaaa... Fünfter Platz ist jetzt hier. Ich bin jetzt... Äh, ich bin neunter. Ist gut, ne? Ja, und ich muss warten. Jaaa... Die Reut ist was rein! Warte, ungewicht, darum müssen wir es verlachen! Ja, da warte ich noch ein bisschen. Also... Äh, Kizu, kannst du da bitte hinter mir warten? Jaaaa... Nö... Könnte ich machen... Du kannst das so! Mach damit! Da musst du nicht warten. Warum wartest du nicht? Ich hab's gewusst, dass du reinfährst. Ich geh mal kurz auf, K. Ich hoffe, ich verpasst nichts. Alter, Luca. Leute, jetzt mal benehmen. Halt laberst du? Ich bin hier noch Frauen verstärkt. Nein, ich bin letzter. Biotoniter? Ich bin sechster. Ach so. Boah, ich dachte schon... Nein, sie schlägt mich nicht, ey. Ich schlägt dich, ich schwörter. Der Soul hat gesagt, er lädt seine Biotoniter ein. Hab ich ja wohl gehört. Na herzlichen Dank. Ja, der Drehen hat länger gedauert als erwartet. Hm. Deswegen. Aber... Warte mal. Guck mal, das wird so zur Auswahl haben. 24.000, das ist in Ordnung. Hm. Hm. Hm, der G-Tier reiht doch gar nichts. Hm. Was ist das denn? wenn man das unten rechts nehmen das wird Luft trennt ja ich werde das für dieses dann Motor ab und auch Motorrad in der Waldlauf wurde okay nein stimmt auch die Sofortstinte was ich bin gleich nochmal weg Lädt mich jemand einfach mal an. Nee. Wer? Ja. Kommt drauf an, wer du bist. Wolltest du gerne wissen? Ja. Entweder die Mutter von Biotonne oder der Vater von Biotonne. Eins von beiden. Wenn ja noch, weil beide gar noch Weihnachtsmarkt sind. Du kriegst Nachwuchs oder was? Nee. Ah! Durchs Radio hier. So, müssen wir irgendeinen einladen hier oder so? Nee, ich glaub nicht, ne? Nee, wir starten einfach mal durch. Oh ne, jetzt fängt das schon wieder an, oder wat? Ich glaub, ich bin schon wieder aus der Party geflogen. Boah, das ist so verbuggt, Xbox Live. Nee, hi. Ist das jetzt schon wieder? Getrennt, getrennt. Ja, gut. Ja, gut. Ja, die Party... Spastet hier schon wieder rum. Boah, ich hasse es. Scheiße, das war ne dumme Idee. Scheiße, das war ne dumme Idee. Das war ne richtig dumme Idee. Eine Granate vor der Polizeiwache zu finden. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Was ist denn jetzt der hier? Boah, das gibt's doch nicht. Die Party packt voll rum hier. Das gibt's doch gar nicht. Ja, kann ich jetzt nix machen. Jetzt muss ich da drin erstmal fahren. Das ist doch voller Scheiß hier wieder. Alter Die ersten sind schon mal runter Ich hab voll einen Und in den Flug weggecrashed Wie ich Thermi weggeschubst hab Alter bin ich ein Bad Boy Meine Ist wohl alles am Eskalieren Nur bing 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 Dann riecht es vorbei Alter Dann riecht es vorbei Komm hier aber auch Willst du mich verarschen? Ich hab ein Checkpoint verpasst Ist klar Ja ich starte ganz am Anfang Ha witzig Also ist schon wieder der Wurm So in hier ne Erst kackt die Party ab Dann hat ganz so scheiße Wir haben gemacht das Rennen anscheinend viel Spaß Unglaublich Haben sie aber ne Scheiße hier zusammengebaut Wie gehen viel mehr die Partys gerade wieder auf den Sack Dass hier wieder alles durcheinander geht Ey Dabei bin ich so gut gefahren gerade Einsames Rennen So kann ich wenigstens nicht letzter sein Oh komm nimm's mit Witz Ich will euch doch nicht ärgern Oh komm nimm's mit Witz Ich bin aber jetzt wieder Ich komm da auch voll gut durch gerade überall Vielleicht holst du mich da sogar noch auf Vielleicht holst du mich da sogar noch auf Vielleicht aber auch nicht Ja Ja Wenn er dritt zu Ende ist Geben wir erst mal nen freien Modus Müssen wir erst mal die Party hier wieder zusammen prügeln irgendwie Ja genau Das sehe ich auch so Ja das die Autos immer in der Luft hier so ne Scheiße feiern müssen So ne Scheiße feiern Lächerlich teilweise Boah geht mir das schon wieder alles auf den Sack hier Oh ich bin neunter geil Ich hab mir gesagt gefailed Ja wer nicht fahren kann ist auch noch auf dem ersten Platz Voll sinnlos da drin Wegen einem Checkpoint alter Also ich weiß jetzt schon wie die Aufnahme Ich weiß jetzt schon wie das Video heißen wird Xbox ist scheiße Nein So ungefähr wird der Titel laut Ich weiß es einfach Nein Bioton Nein Auf uns sollte das so heißen Weil die ganze Zeit Fail über Fail Und sonstiges Naja Fail über Fail Ein Fail jagt dem anderen Fail ist nicht schlecht Ja das Ja auf jeden Fall Das Guter Titel Am besten doch schon mit guten Pfeilen und so Ja Richtig schön Clickbait Modus Standard halt Ich kann es sogar noch schaffen Ich bin's 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 So, Leute, wir machen erstmal Feierabend für die Folge hier. Ich muss erstmal die Party da zusammenkriegen hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Euer Ockel und Co. Okay, gala, ciao. Biotonne Penis. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.